Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Final Fantasy X Part 19. Und ich glaube wir leveln hier noch ein ganz bisschen. Wofür ich glaube ich Monster bräuchte. Eigentlich hier käme. Ja, es kommt Monster. Wir haben hier so ein Spuckraut. Hm, Kernspucken. Hehe, treffsicher sind sie nicht. Hä? Und jetzt kommt Wacker dran. Hm, zerstückeln wir mal dieses Spuckraut. Kimari, der Steche ist mit seiner Latteiner Lanze. Ah, ein Wunderspheroid. Äh, ist wegen einer irgendwo im Steckenbleiben? Irgendwie irgendwas? Nö. Gut. Andere, ich muss noch rumgehen. Hm, Juna, du wirst ein bisschen Kimari heilen. Vita. Kimari. Dich tauschen aus wie Lulu? Äh. Juna. Medica. Okay, ich tausche den aus für Wacker. Weg mit dir. Vernichtend. Und Juna, wieder Medica. So. Jetzt kann ich sie nämlich austauschen für Tidus. Und da hat die Ecke kaputt. Oh, gleich drei haben ein Level höher. Zeiss-Feroiden. Sehr, Robert. Bagger. Bewegen. Und da hin. Wunderspher reden von, wovon wir jetzt 21 haben. Juna kann auch weiter, aber nichts wird aufgestuft. Und Lulu kommt weiter. Kommt hier hin. Ich würde sagen, das wäre genug gelevelt für hier. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen überpowert. Speichern. Und wir können weiter. Weiter. Los. Wo muss ich überhaupt hin? Na, hier muss ich anscheinend hin. An Bord gehen. Oh, Luca. Die Kidd-Likabies kommen auch. Mit. Ja. Oh, ich hoffe, dass ich das nicht verkacke. Auf mit Luca. Ja. Ja. Ich hoffe, die sind auch da. Hm, die wollen wohl miteinander reden. Und Juna ist wieder im Mittelpunkt. Und Tidus ist langweilig. Und ne Kiste. Hi, Potion. Oh, was gibt's hier zu tun? Nichts. Hier ist nur ein Speicherpunkt, den ich nicht gebrauchen kann. Kann ich das jetzt schon machen? Anscheinend noch nicht. Äh, da muss ich, glaub ich, hoch. Ah, belauschen. Oh, ja, jeez. Ich glaube, jetzt kommt es. Aber, mhm. Das will ich so ungern verkacken. So ungerne. So ungerne. Was ist hier? Äh, wie komme ich nochmal zum Speicherpunkt? Hilfe. Ach, da. Voll versteckt. Dieser Untergang. Dieser Untergang. Speichern. Überschreiben. Und wieder hoch. Jetzt kommt wahrscheinlich. Ja, das will ich ungerne verkacken. Das will ich ungerne vermasseln. Ja. 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 Was ist das? Nein. Das Schuss ist gemacht wie das. Du kannst es nicht tun, Junge. Aber keine Angst, mein Junge. Du bist nicht der einzige. Niemand kann es tun. Ich bin der Beste. Der hält sich für etwas Besonderes. Ja. Ja. Jack Spessel. Hat etwas mit Blitzball zu tun. Oh, ihr könnt ihn weg brauchen. Jo. Zeit zum Ausprobieren. Ja. Nun hat sie klappt, jetzt geht's um die Wurst. Ja, nun gegen das Reject anzutreten, ja. Oh man, hoff ich habe es. Verdammt! Verdammt, ich habe es nicht geschafft. Egal! Ich kann ja glaube ich später nochmal erlernen. Du hast versucht, einen Rejectschuss zu machen, richtig? Wie wissen Sie das? Herr Jecht hat es mir gezeigt, als ich ein Kind war. Er hat es den... ...magnifizierten Rejectschuss Mark III. Oh man, das ist das Karte zu gelegten. Du wirst, was? Du wirst, was? Du wirst, es ist kein Mark I oder Mark II, wirst du wirst? Mein alter Mann sagte, dass Mark III einfach nur etwas zu belegten. Er hat gesagt, sie kommen wieder alle Nacht, und ich hatte es den Mark I und Mark II. Und sie wirklich kamen wieder. Ich habe mich so verletzt. Ich habe mich so verletzt. Ich habe mich so verletzt. Wie ist er so verletzt? Ich weiß nicht, aber Herr Jecht war mein Vater-Gardion. Also er ist hier famiger? Ja. Ja. Also, wenn etwas mit ihm passiert, würde ich denken, dass die Worte schnell kommen würde. Aha. Was würdest du machen, wenn du ihn gefunden hast? Wer weiß. Ich dachte, dass er vor zehn Jahren stirbt. Well... Ich würde wahrscheinlich einfach ihn schreien. Nach dem alles, was er mir in mir schreit. Und weil er bekannt ist, ich war immer... Well, du solltest ihn wissen, Yuna. Hm? Dein Vater ist bekannt, auch. Jeder in Spira kennt ihn, richtig? Hm. Ist das nicht schwer? Es ist schwer zu folgen, in seinen Schritten, als ein Summoner. Natürlich. Aber die Ehre, zu einem Vater wie ihm, überrascht all das. Ich denke. Well... Es gab nicht viel Ehre über meinen alten Mann. Das ist sicher. Du solltest nicht das über deinen Vater sagen. Ich habe das Recht. Hm. Ich glaube, du auch. Autsch. Hey! Es ist vor deinem Bett, Kinder. Wacka! Wacka! Ich dachte nicht, dass mein altes Mann kommen würde Luka kommen. Er hat niemals gefällt, wie man andere Leute spielen. Aber ich konnte mich nicht helfen, dass etwas... Schmerz zu passieren. Und diese Gefühle von mir sind meistens richtig. Genau. Ich habe sicher gesagt, ich habe Wacka, dass ich ihm das Tournament gewinnen würde. Aber... Ich war nicht sicher, dass ich es in mir hätte, um es überhaupt zu spielen. Einmal. Du sollst nachcellen. Jo... Jo. 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 Jo... Jo. 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 was 1 und speichern Spiel überschreiben ja und ich würde sagen hier beende ich den Part und das war Let's Play Final Fantasy 10 Part 19 und bis zum nächsten Part